crossing the lines uns gehört die nacht in diesem buch wird im nachgang die lockdown geschichte verarbeitet und zwar spielt es in köln um 20 2021 im märz und köln gleicht quasi einer geisterstadt sie befindet sich mitten im tiefen lockdown und es erzählen vier jugendliche die luke jahre leon und alexander und diese vier machen mehr oder weniger die nacht zum tag dass all das was sie eigentlich nicht sollen sie müssen drin bleiben aber ihnen ist der freiheitsdrang so unglaublich wichtig es triggert sie regelrecht raus zu gehen und leider verfallen sie relativ schnell an unterschiedliche kriminelle dinge die sie ja nicht tun sollen sie nehmen an scooter rennen teil die durch die ganze stadt jagen von der polizei verfolgt werden manchmal werden sie sogar geschnappt und gefangen genommen für eine für eine nacht in einer arrestzelle zu verbringen das ganze nimmt ein ausmaß an und das unter diesem ganzen lockdown deckmantel ist unglaublich spannend und im nachgang noch mal unglaublich aufwertend zu lesen tut euch das mal an es ist echt eine spannende und zeitgeschichtlicher aspekt lest einfach mal viel spaß damit